Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir den Standby-Modus bei unserem iPhone entweder aktivieren oder deaktivieren können. Die Standby-Funktion ist nämlich jetzt mit iOS 17 neu reingekommen. Damit wir die also überhaupt aktivieren oder deaktivieren können, müsst ihr euch natürlich einmal iOS 17 als Software-Version herunterladen. Dann öffnen wir als nächstes einmal die Einstellungen. Hier scrollen wir dann etwas runter und dann finden wir hier die neue Option Standby. Da klicken wir dann natürlich einmal drauf und dann kommt es auch schon darauf an, ob wir den Standby-Modus aktivieren oder deaktivieren wollen. Wenn wir das Ganze deaktivieren wollen, dann könnt ihr das hier einfach machen. Ihr seht es, wir deaktivieren also die Standby-Funktion. Dementsprechend verschwinden auch alle anderen Einstellungen diesbezüglich. Wenn wir den Standby-Modus aber aktivieren, dann kommen hier noch so ein paar Unterpunkte, wie beispielsweise der Nacht-Modus. Das bedeutet einfach, dass unser Bildschirm im Standby-Modus etwas dunkler ist, eben passend für die Nacht. Und ansonsten können wir auch noch einstellen, ob dort dann Mitteilungen eingeblendet werden sollen oder eben nicht. Damit der Standby-Modus dann nachher aber auch wirklich aktiviert wird, müssen wir unser Handy gerade aufladen. Dabei ist völlig egal, ob mit Kabel oder kabellos. Und wir müssen unser Handy dabei auch im Querformat halten. Also wenn wir das jetzt beispielsweise hochkant irgendwo hinstellen, dann wird der Standby-Modus nicht angehen, obwohl wir hier die ganzen Einstellungen dafür aktiviert haben. Ja, falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das gerne einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!